Wir haben heute ein Hühnchen über Sim-Sets zu rupfen. Sets in Sim sind die kleinen Packs, die 5 Euro kosten. Sie kamen letztes Jahr das erste Mal ins Spiel und wir haben seitdem 17 Stück von ihnen bekommen. Die Sets, anders als andere Packs, fokussieren sich halt immer nur auf einen Aspekt vom Spiel. Also wir kriegen entweder ein Set mit Bau-Items oder ein Set mit Creator-Sim-Items. Naja, oder ein Gameplay-Set oder halt auch kein Gameplay-Set, weil wir nur eins bekommen haben am Anfang und keins mehr. Meine Theorien zu Sets, und das habe ich auch schon häufiger von anderen Content-Creatoren gehört, ist, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen als so ein Filler-Modul während der Pandemie eingeführt wurden. Einfach weil ganz am Anfang der Switch vom Developer-Studio in Homeoffice wahrscheinlich schwierig war und einige Sachen sie verzögert haben. Wir haben eine Katze. Und das so ein bisschen, naja, wie gesagt, als Filler-Content gesehen wurde. Content, der relativ leicht zu machen ist, der wahrscheinlich nicht so viele Hürden überwinden muss. Gerade sowas wie Klamotten oder so muss man jetzt ja auch nicht so großartig playtesten wie ganz neue Gameplay-Features. Und ja, dann werden sie natürlich auch gekauft, weil irgendwie ist es ja auch cool, neuen Content zu haben, auch wenn es nicht so viel ist. Und jetzt kriegen wir halt immer mehr von ihnen. Meine Meinung zu Sets allgemein ist immer noch so ein bisschen konfliktet irgendwie. Also, weil ich finde, dass sie qualitativ besser werden und ich finde auch die Möglichkeit cool, dass man mit Sets halt echt so eine bestimmte Nische abdecken kann und die damit schließen kann. Aber sie müssen halt auch echt gut gemacht sein, damit es sich so anfühlt, als hätte man 5 Euro gut investiert. Und andererseits gibt es halt auch mal das Argument, dass du sagst, okay, du bezahlst da einmal 5 Euro für, dafür hast du das halt aber für immer. Während du dir parallel auch Starbucks-Kaffee oder eine große McDonald's-Pommes für 5 Euro kaufst, was du innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten leer hast und dann kriegst du das halt nicht wieder, so. Also da könnte man dann schon sagen, ja gut, ne, vom Set hat man wenigstens länger was. Und dennoch merke ich halt auch, dass ich auf jeden Fall Sets gekauft habe, die ich quasi nie benutze, also auf die ich auch echt gut hätte verzichten können und die mein Spiel jetzt auch irgendwie nicht großartig bereichern oder so. Und heute würde ich mit euch ganz gerne gemeinsam ein Ranking über die Sims 4 Sets aufstellen. Wir haben hier eine Tiermaker-Tierliste, ursprünglich erstellt von Little Simsy, also die ganzen Icons und so hat sie eingefügt, finde ich ganz gut, dann habe ich da jetzt gerade ein bisschen weniger Arbeit mit. Ich habe halt jetzt einfach nur die Kategorien ein bisschen umbenannt und ein bisschen angepasst. Wir haben ganz unten, lohnt sich nicht, also Sachen, wo ich echt sage, okay, dafür hätte ich meinen, also das, nein, einfach nein. Die Sets sind schlecht oder nervig und ich brauche sie nicht. Mäh ist auch so eine Kategorie von wegen, so okay, lohnt sich nicht wirklich, benutze ich nicht, aber das Set ist vielleicht für andere Personen wiederum ganz interessant und vielleicht nur spezifisch für mich jetzt gerade nicht. Die Sets, die in Ordnung sind, sind in Ordnung, geht besser, geht schlechter. Es tut nicht weh, dass ich dafür 5 Euro ausgegeben habe. Einzellens benutze ich sie vielleicht ganz gerne. Bei Ziemlich Gut kommen dann Sets rein, über die ich mich schon freue, wo das Gesamtpaket schon stimmt und wo ich sage, ja, die würde ich auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen können. Und bei Iconic kommen dann halt meine persönlichen Lieblingssets rein, also die, die ich echt am meisten mag, die ich am meisten benutze. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal in der Reihenfolge durch. Das ist nicht die Release-Reihenfolge oder so, das ist einfach nur, wie sie hier jetzt gerade aufgelistet sind und die nehme ich jetzt. Wir fangen an mit der modernen Männer-Mode. Und die moderne Männer-Mode hat eigentlich die Kategorie auch schon im Titel stehen. Man könnte das Set nämlich auch als moderne Mäh-Mode bezeichnen. Für mich ist das ein Mäh-Set. Also ich finde es schwierig, weil die Klamotten an sich sind schon schön gemacht. Und ich habe da auch ein paar Sachen bei, die ich meinen Sims ab und zu mal anziehe. Aber ich benutze es doch relativ selten. Und das ist halt auch theoretisch ein Haufen Strickklamotten. Und wir haben mittlerweile so viele Strickklamotten im Spiel aus verschiedenen Packs. Sei es jetzt zum Beispiel Ausschick mit Strick oder aus Hunde und Katzen oder aus Tiny House Accessoires oder so. Und ich habe einfach das Gefühl, dass diese Strickklamotten-Kategorie schon so gut abgedeckt ist, dass mir die Thematik einfach nicht so zusagt von dem Set. Und dass ich einfach da nicht meinen Nutzen so wirklich draus ziehe. Darum Mäh. Dann haben wir wiederum das In-She-In-Arrival-Set. Und das ist tatsächlich mein liebstes Klamotten-Set. Das würde ich auch als Iconic betiteln, einfach weil es das Kass-Set ist, was ich am meisten mag. Die Thematik ist, glaube ich, Ankommen im Flughafen. Aber das sind halt so Business-Casual-Klamotten, schöne Mäntel, bisschen was fancy, bisschen kariert, bisschen gemütlich und so. Das ist einfach, finde ich, ein guter, solider Mix an Klamotten für erwachsene Sims, Teenager, junge Erwachsene, Erwachsene Senioren. Und das benutze ich gefühlt immer. Also bei dem Set, finde ich, gefühlt echt für jeden Sim was, was ich anziehe. Und die Farben sind halt auch schön neutral. Viele braun-beige-weiß-Töne und so. Das heißt, das lässt sich auch super kombinieren. Und ja, das würde ich tatsächlich wärmsten Herzens empfehlen, wenn ihr euch ein Creators im Set kaufen möchtet. Kommen wir von einer Ikone zu einer puren Enttäuschung. Und zwar zum Industrie-Loft-Set. Was sich tatsächlich in Lohnt sich nicht stecken würde. Weil an sich Industrial-Sachen nice hätte auch echt gut werden können, hätte bisschen interessanter werden können mit Industrial-Sachen, die wir bisher vielleicht noch nicht so im Spiel haben. Aber das Set fühlt sich einfach an wie recycelter Content. Ich hab da, als es rauskam, auch ein Video zu gemacht und hab das verglichen mit Items, die ähnlich aussehen. Wir haben zum Beispiel ein ähnliches Bett in Großstadt leben. Wir haben einen ähnlichen Barstuhl in an die Uni und so. Einen ähnlichen Nachtschrank im Base-Game, wie es in dem Set zu sehen gibt. Und das ist mir einfach nicht individuell genug. Also das sind Sachen, die ich auch mit anderen Items gut darstellen kann, wo ich nicht das Gefühl habe, okay, das Set bereichert den Industrial-Baustil in Sims 4, sondern es ist irgendwie nur eine Kopie von Sachen, die wir schon haben. Der Teppich ist ganz nett, der Flauschteppich. Das Sofa vielleicht auch, wobei es mir schon fast ein bisschen zu shiny von der Textur her ist. Weiß nicht. Aber ich finde, lohnt sich halt nicht. Also in dem Set ist nichts drin, kein Item, wo ich sage, ja, für dieses Item muss ich dieses Set unbedingt haben. Lohnt sich einfach nicht, finde ich. Und dadurch, dass es dann noch so viel recycelter Content ist, nervt es mich einfach und darum, finde ich, hat es nicht verdient, mehr Sales zu bekommen. Mein Kater stimmt zu. Dann haben wir das Fashion-Street-Set. Das ist, finde ich, für ein Set eine sehr schöne Idee, weil es auch Klamotten aus einer bestimmten Kultur ins Spiel bringt, von der wir bisher einfach noch nicht so viel haben. Das sind halt viele Gewänder, so eine indische Gewänderrichtung und so. Und das ist ja schön, da ist auch ein Piercing drin, den ich echt ganz nett finde. Ich würde sagen, das Set ist in Ordnung. Ich benutze es nicht so häufig, aber ich freue mich über die Repräsentation und Diversität des Sets und die Sachen sind halt auch echt schön gemacht. Also da würde ich auch schon sagen, dass man das durchaus empfehlen kann. Dann haben wir das Innenhof-Oasen-Set. Nicht zu verwechseln mit dem Wüsten-Oasen-Set. Das Innenhof-Oasen-Set ist das ältere und das finde ich bedauerlicherweise eher so meh. Die Items an sich sind schön und sind gut gemacht und da ist ein hübscher Fliesenboden und eine hübsche Fliesenwand mit drin und so. Aber es bringt irgendwie nicht so viel, finde ich. Also das Set kommt halt auch mit Türen und Fenstern, aber halt leider nur mit, ich glaube, zwei Türen und zwei Fenstern oder so. Und zwei Türen und zwei Fenster reichen halt nicht aus, um damit ein ganzes Haus abzudenken. Und dann haben wir halt das Problem, dass wir nicht so viel im Spiel haben, was da sonst ästhetisch ganz gut so passt zu dem Stil des Sets. Und das führt halt irgendwie dazu, dass ich die Sachen einfach nie benutze, weil ich das Gefühl habe, dass ich, sie passen einfach nicht dazu irgendwie. In meh fühlt es sich für mich richtig an. Ich würde nicht sagen, dass es sich gar nicht lohnt, aber in Ordnung ist es halt auch nicht. Dann haben wir das Bust-the-Dust-Set, das Houseput-Set, das einzige Gameplay-Set, was wir haben. Und ich finde es schade, dass wir nicht mehr bekommen, aber ich denke mal, dass irgendwie wahrscheinlich der Aufwand es nicht wert war, Gameplay-Sets zu machen. Vielleicht kriegen wir nochmal welche, I don't know. Da fällt mir gerade ein, dass ich geträumt habe, dass für den Dezember ein Accessoire-Pack in Sims angekündigt wurde. Geträumt, ne? Das habe ich nur geträumt. Und ich befürchte, dass wir doch ein Traum bleiben. Aber es war ein schöner Traum. Anyway, Houseput-Set. Ich schwanke so ein bisschen zwischen Iconic und lohnt sich nicht. Wahrscheinlich wäre es realistischer zu sagen, dass es sich nicht lohnt, weil das Staubsystem an sich ist ziemlich nervig, finde ich, und vor allem auch ziemlich verbuggt. Aber ich mag die kleinen Dustbunny so gerne. Ich habe sogar einen hier. Das ist die kleine Dörte, wegen Dört. Die ist handmade von einer Freundin von mir, die ebenfalls auch Sims-Content macht, auf Twitch zum Beispiel. Fesi Toli. Und die kleinen Mäuschen finde ich halt echt süß, beziehungsweise die kleinen Häschen. Aber das Staubsystem an sich ist halt bedauerlicherweise eher verbackt und nervig. Und ich habe es in letzter Zeit leider die meiste Zeit deaktiviert. Weil auch wenn ich es aktiviert habe, funktioniert es einfach nicht. Also, weiß auch nicht. Lohnt sich wahrscheinlich bedauerlicherweise nicht. Vielleicht, wenn man sich dekorativ Staubsauger ins Haus stellen möchte. Aber ich weiß halt nicht, ob das ein guter Selling-Point ist, da für 5 Euro auszugeben. Dann haben wir das Landhaus-Küchenset. Das ist für mich iconic, einfach weil es ein Küchenset ist. Hallo? Ein Küchenset. Wir haben so wenige Küchen gefühlt in Sims, auch wenn das Spiel seit 8 Jahren draußen ist. Und das kam auch noch raus, bevor wir Landhaus-Leben haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war es so die einzige rustikale irgendwie Cottage-Core-Küche oder so, die wir im Spiel hatten. Und ich liebe sie sehr. Ich mag dieses Landhaus-Küchenset echt gerne. Auf den ersten Blick sieht es aus, als wären das ein paar wenige Items. Aber es liegt halt daran, dass ein Küchenset in Sims halt mit ganz vielen verschiedenen Schrank-Elementen kommt. Und dann haben wir halt so ein paar Einmachgläser und eine Auflaufform und so als Deko. Und das ist einfach... Das Set versprüht einfach Freude in meinem Herzen. Es macht meine Seele glücklich. Und es ist halt eine Küche. Und das war für mich, als es damals geleakt wurde, habe ich einfach nur Küche gehört. Habe mir gedacht, ja, das gehört dann mir. Und ich habe es nicht ein einziges Mal bereut. Weiter geht es mit dem 90er Fashion-Set, wo ich mir den richtigen Namen immer noch nicht merken kann. Aber 90er Fashion-Set. Ich glaube, das reicht. Das sind halt so ein paar sportliche Klamotten im 90-Style. Bedauerlicherweise würde ich es auch eher in Meh einordnen. Es war das erste Creators-Sum-Set, was wir bekommen haben. Und die Sachen sind okay, aber es hebt sich jetzt für mich auch nicht gut genug hervor, als dass ich sagen würde, das brauchst du auf jeden Fall. Weil wir halt mittlerweile echt genug Packs haben, in denen man auch sportliche Klamotten kriegt. Und zum Beispiel das Highschool-Pack hat auch einen ziemlichen 90er-Vibe, auch in den Klamotten mit drin. Und da gibt es auch Jogginghosen und so. Von daher fehlt mir auch da so der Selling-Point einfach so ein bisschen. Ich bereue es nicht, es gekauft zu haben. Ich benutze es auch ganz gerne, aber es ist irgendwie fast unnötig, würde ich sagen. Dann haben wir das Kleinkram-Set. Eins der neuesten Sets und ich muss sagen, es hat mein Herz im Sturm erobert und kommt in die Iconic-Kategorie. Vielleicht sogar an erster Stelle. Ist halt ein Kleinkram-Klatter-Deko-Set. Habe ich auch gerade erst ein Video zu hochgeladen, wo ich mir die Sachen alle mit euch detailliert angucke. Gibt es so Sachen drinne, wie eine einzelne Kaffeetasse, eine Brille, Zeitschriften, Notizzettel. Und halt so diesen alltäglichen Kleinkram, den man halt zu Hause rumfliegen hat. Und seitdem das Set da ist, landen diese Sachen bei mir in jedem Zimmer, das ich eingerichtet habe. And I am not exaggerating. Ich liebe es. Also das ist, glaube ich, mein allerliebstes Set, das wir überhaupt bisher bekommen haben. Einfach von dem Nutzen, den ich daraus ziehen kann. Das ist wundervoll. Ein Hoch auf mehr Unordnung. Kauft es euch, wenn ihr es noch nicht habt und gerne ein Bauset hättet. Let's go. Worauf wartet ihr? Dann das Schwester-Set davon, sag ich mal, das Pastell-Pop-Set. Kam zeitgleich raus mit dem Kleinkram-Set und das ist halt so. Ich glaube, ich würde fast sagen, dass ich es in Ordnung finde. Mir ist es einfach ein bisschen zu viel. Habe ich ja auch in meinem letzten Video drüber geredet. Und vereinzelt oder einzeln in den Raum gestellt, finde ich die Sachen ganz schön. Aber es ist vielleicht einfach nicht meine präferierte Ästhetik. Es ist trotzdem okay. Es ist gut. Es ist gut gemacht. Qualitativ hochwertig. Aber einfach persönlich nicht mein Favorit. And that's all right. Das Wüsten-Oasen-Set wiederum. Das ist das Set, was jetzt auch einen Monat lang kostenlos erhältlich war. Und nicht nur deswegen. Auch einfach wegen der Sets an sich. Muss ich sagen, das finde ich ziemlich gut. Ich finde, die Items sind sehr anpassungsfähig. Also ich finde, die kann man in sehr vielen Häusern und Orten benutzen. Jetzt nicht nur in einer Wüste oder einer Oase. Ich mag die Qualität der Items. Ich mag die Farbauswahl der Items. Wir haben diese Gardinenstange da mit drin, die ich super useful finde. Und es ist einfach ein wirklich gutes Set. Gefühlt kann ich da gerade gar nicht so viel mehr zu sagen. Das Sofa aus dem Set liebe ich auch. Ich finde, das ist eines der besten Sofas, die wir bisher überhaupt bekommen haben. Große Liebe dafür. Ich finde, dafür hätte ich gut 5 Euro ausgeben können, wenn ich es halt nicht in dem Monat umsonst quasi mir hätte grabben können. Hätte ich es mir auch gerne für 5 Euro gekauft. Das erste Outfit-Set, sehr ähnlich, kommt auch in ziemlich gut rein. Ich glaube, das liegt aber daran, dass das Klamotten für Kinder sind. Und das einfach dadurch, dass die Thematik auf Kinder fokussiert ist, ich das Set so schon interessant finde. Weil Kinder und Kleinkinder kommen in Sims 4 gerne mal ein bisschen zu kurz. Auch gerade was die Klamotten angeht. Wenn wir eine große Erweiterung kriegen, kriegen wir vielleicht ein paar Frisuren für Kinder und Kleinkinder, die quasi von den erwachsenen Frisuren runtergestuft wurden. Und mit Glück ein Oberteil oder so. Das heißt, wir haben nicht so viel Auswahl für Kinder, was Klamotten angeht. Und das Set bietet eine gute Auswahl an Kinderklamotten, finde ich. Es sind vor allem trendy Klamotten, wenn man das so sagen kann. Und das finde ich auch echt ganz schön zu sehen. Und die Klamotten gefallen mir halt auch einfach so von ihrer Qualität ganz gut. Ich finde, die kann man gut kombinieren mit anderen Sachen, die wir im Spiel haben. Und wie gesagt, dadurch, dass es sich auf Kinder fokussiert, finde ich das Set halt auch einfach super interessant. Weil mehr Content für Kinder. Way. Da passt auch das kleine Camper-Set tatsächlich sehr gut zu. Das kommt für mich nämlich auch in die ziemlich gut Kategorie rein. Das ist ein Set, was so ein bisschen so Übernachtungsfeiern im Garten oder sowas darstellt. Für Kinder. Also hat auch einen Fokus auf Kinder. Und darum finde ich es auch recht interessant. Wir haben halt so ein Spielzelt, wir haben Lagerfeuer, ein paar Spielsachen, ein neues Puppenhaus, ein Radio, einen neuen Maltisch für Kinder und so. Also quasi die Sachen, die wir schon haben, aber halt ge-recolored und dann so passend, dass man sie in den Garten stellen könnte, wenn man wollte. Und ich finde das Set einfach sehr süß, sehr cozy gemacht. Der etwas, ich sag mal, zerrüttelte, spontane Vibe von dem Ganzen kommt auch ganz gut rüber. Also dass man sich halt irgendwie spontanen Decken in den Garten legt, um in die Sterne zu gucken oder so. Und ja, das Set macht mich auch einfach glücklich. Ich finde es sehr süß. Und wie gesagt, dadurch, dass es halt so den Fokus auf Kinder hat, finde ich es auch ganz interessant, weil die halt, wie gesagt, ein bisschen zu kurz kommen. Und ich bin eine Person, ich spiele generell gerne mit Familien in Sims und mache dieses Familien-Gameplay sehr gerne. Und da dann einfach so ein bisschen mehr für zu bekommen, ist halt auch sehr schön. Dann kommt das Moonlight Chic Kit. Ich weiß leider gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber es ist das Pariser Modenset. Das finde ich schön. Ich mag die Items. Auch da ist es so ein bisschen so, dass ich sie gerne vereinzelt benutze. Zum Beispiel ein Oberteil davon oder so, anstatt den Sim komplett darin zu kleiden. Aber ich finde, das sind echt einfach schöne, solide Items, die man gut benutzen kann. Die auch trendy sind, die so ein bisschen das widerspiegeln, was zurzeit so, keine Ahnung, zum Beispiel auf TikTok oder so modisch ist. Und ist dadurch einfach eine ganz gute Edition, weil wir haben halt nicht so viel an Klamotten, die quasi jetzt gerade in sind. Und in letzter Zeit haben wir da ein bisschen mehr von bekommen, auch mit Highschool-Jahre und so. Aber trotzdem finde ich das ganz schön zu sehen. Und ich mag die Sachen auch. Ich finde, das Set ist auf jeden Fall in Ordnung. Und ich finde, da kann man auch eigentlich ganz gut Geld für ausgeben. Also mir tat es auf jeden Fall nicht weh, das Set gekauft zu haben. Ebenfalls in Ordnung finde ich das maximalistischer Wohnstil-Set. Das ist für mich sehr ähnlich wie das Pastell-Pop-Set, auch wenn die Sets an sich gar nicht ähnlich sind. Das ist einfach alles auf einem Raum davon zu haben, ist halt zu viel für mich. Wahrscheinlich, weil es mir ein bisschen zu maximalistisch ist. Aber die Items vereinzelt zu benutzen, mag ich sehr gerne oder beziehungsweise ein paar davon. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich es nicht in ziemlich gut reinpacke, auch wenn ich die Items ganz schön finde. Ich benutze einfach wirklich nicht alle davon, sondern vielleicht so gefühlt die Hälfte und die andere Hälfte eher so gar nicht. Was ich davon liebe, sind die Tapeten. Die finde ich echt sehr schön. Dann gibt es eine Stehlampe, die so ein bisschen gebogener ist und quasi über etwas hinüber leuchtet. Die gefällt mir auch sehr gut. Die habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Und dann ja, wenn es passt, kann man halt die anderen Sachen irgendwo hinstellen. Aber wie gesagt, das ist halt eher auch spezifisch oder Tiger-Muster-Richtung. Und ja, ich finde das Set schön. Ich finde es interessant von der Thematik her. Haben wir auf jeden Fall so noch nicht im Spiel gehabt. Aber es reicht für mich nicht, um ziemlich gut zu sein. Weil mit denen und den Nutzen, denen ich aus den Packs ziehen kann, die da drüber sind, kann es auf jeden Fall nicht mithalten. Kommen wir zum Karneval-Streetwear-Set. Das werde ich bedauerlicherweise in Meh einordnen müssen. Die Items an sich finde ich ganz cool. Wobei ich auch sagen muss, dass da ein paar bei sind, die ich qualitativ einfach schrecklich finde. Ich denke da spezifisch an eine kurze Hose, die so eine Gürteltasche hat. Aber die Gürteltasche ist halt nicht 3D. Die ist einfach nur aufgemalt. Und das sieht fürchterlich aus, finde ich. Allgemein, da gibt es so ein paar qualitative Sachen bei dem Set, mit denen ich unzufrieden bin. Fühlt sich ein bisschen an wie das Industrie-Loft-Set von der Qualität her. Also einfach nicht so berauschend, finde ich. Und das finde ich schade. Dann gibt es halt, wie gesagt, so ein paar vereinzelte Outfits, die ich ganz cool finde. Die ich mein Sims gerne als Party-Outfit anziehe oder so. Aber der Grund, warum es für mich in mehr landet, ist, dass meine Townies die Klamotten andauernd tragen. Diese Klamotten tragen für mich bedauerlicherweise perfekt zu diesem random Townie-Look bei, den sie ja sowieso schon haben. Mit allen Accessoires, die sie tragen können und was weiß ich. Und das stört mich leider ein bisschen. Also das weiß ich nicht. Ist vielleicht auch einfach nur bei mir so. Vielleicht habe ich da auch einfach Pech mit. Weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Townies andauernd in den Outfits von dem Set generiert werden. Und das finde ich ein bisschen anstrengend. Und wie gesagt, die Sachen an sich sind cool. Zwischendurch, aber nicht immer. Und qualitativ bedauerlicherweise auch nicht so berauschend. Und irgendwie, naja, nee. Ist ein lustiges Set, das man sich ergänzend, wenn man alles andere, das man haben möchte, vielleicht schon hat, kaufen kann. Ich glaube, ich würde es von denen hier auch tatsächlich an erste Stelle stellen. Aber muss halt irgendwie nicht. Und zum blühenden Abschluss haben wir das Blühende-Räume-Set, was für mich iconic ist, weil es ist ein Set voller Pflanzen. Hier auf dem Vorschau-Bild sieht man schon die Efeutute grüne Göttin. Das Item heißt so. Das könnte ich in jeden Raum dreimal reinhängen. Das würde mich sehr glücklich machen. Das Set hat auch so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so benutze. Zum Beispiel dieses Sideboard oder den Beistelltisch oder so. Aber ansonsten sind es einfach ganz, ganz, ganz viele Pflanzen. Und tendenziell dekoriere ich meine Sims-Häuser mit ganz, 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 ganz vielen Pflanzen. Von daher ergänzt sich das schon sehr gut. Ich liebe das Set. Ich finde es absolut iconic. Und ich würde gerne mehr Sets bekommen, die sich contentmäßig halt auf eine Sache beziehen. Also da waren es ganz viele Pflanzen, keine Ahnung, ganz viele Lampen oder so zum Beispiel. Das würde mich sehr freuen. Ja, und das ist mein finales Set-Ranking. Iconic finde ich das Krimskram-Set, das Landhausgehörn-Set, das In-Street-Arrival-Set und das Blühende-Räume-Set. Ziemlich gut finde ich das Wüsten-Oasen-Set, das Kindermode- und das kleine Camper-Set. In der Ordnung sind das Fashion-Street-Set, das Moonlight-Chique-Set, das Pastell-Pop-Set und das maximalistische Set. Mäh! Sind für mich das Karneval-Set, moderne Männermode, Innenhof-Oasen, das 90er-Fashion-Set. Und gar nicht lohnen, finde ich, tun sich bedauerlicherweise das Industrial Loft und das Busted-Dust-Set. Wie seht ihr das denn so? Was ist euer absolutes Lieblings-Set? Welche Art von Sets präferiert ihr? Create a Sim, bauen? Auf welche Sets könnt ihr verzichten? Habt ihr ein Set, das bei euch Hass auslöst? Ich würde mich sehr darüber freuen, eure Gedanken zu den Sets und zum Ranking und allgemein zu allem in den Kommentaren zu lesen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Video auch bewerten oder meinen Kanal abonnieren. Und ja, Dankeschön fürs Angucken. Bei Interesse nach mehr findet ihr mich auch auf Twitch und TikTok. Dort gibt es auch Sims-Content und ich heiße ebenfalls Smurly. Auf Twitch halt Sims 4 Livestreams, tendenziell so ab 14 Uhr unter der Woche. Und auf TikTok versuche ich täglich irgendwelche Sims-TikToks hochzuladen. Ich kann das Ranking gerne in der Beschreibung unten verlinken und bedanke mich einfach fürs Angucken. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye!